Dieser Ford Transit System ist hier zum Verkauf angeboten. Der weiße Van ist fünftürig, bietet Platz für 9 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Partikelfilter, Tempomat, Startstopp-Automatik und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 125 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 7,3 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 27.869 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Ködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Autohaus Ködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte aus 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 L